Der klingt ultra wie, wie hier Majewski damals, der mir mein Messer abtraden wollte. Zuhause. Der klingt eins zu eins wie Majewski. Blader schreibt, es assumest du sein Gender. Blader, assumest du gerade sein oder ihr Gender, weil du sein schreibst? Blader, entschuldige mal bitte. Was? Was ist denn mit den Ragdolls los? Der war schon drop runter und dann war er wieder oben. Like, two thousand dollars. No, no. I scam little kids on the internet, you know? Why are you? Why are you scamming? You have a butterfly. Yes, it's Emerald. Oh my god. This one is, uh, twenty thousand dollars. But you know, skins don't buy skill, you know? I have skins, but I'm shit at the game. Oh my god. Komm, komm Junge. Nice shot. Let's go. Okay, Achtung. Du Kinder sehr glücklich machen kannst. Ich hab ihn für dich. Ich hab ihn für dich. Ich hab ihn für dich. Also, früher haben sie die Kids mit Süßigkeiten in die Autos gelockt. 2022 reichen ein paar dicker Skins. Ironisch gemeint natürlich. Oh, what the hell? You have two knives, huh? Yeah, I have five knives. Who are you? Oh my god. Man, ey. Da hittet nichts. Fibo gibt auf die Range in one mit der gleichen Waffe. Oh komm, Alter. Oh nein, Mann. Die bin tot. Hä? Ja, Mann. Fall doch rum, Mann. 60 in 4. Ah. Okay, ich will kurz mal Licht anmachen. Ich kann nicht spielen, wenn ich hier kein Licht an hab. Game doch. Mann, fuck, das war winnable. Fuck. Low HP, come on. 10 HP. Hau nicht da irgendwelche dummen Granaten rauf. Fick den einfach. Keine Faxen. Oh Gott, move der. Bitte, der 10 HP. Ein Hit der Wahrer. Oh Gott, wie geht der rein? Ist mir egal. Passt, passt, passt. Yeah. Short. Ja, Joker-Pose. Rafft nie einer. Merkt euch die Pose. Merkt euch die Pose. Merkt euch die Pose. Und Zettel und Stift raus. Geht doch noch nicht. Ich habe hier sehr lange tot, Alter. Let's go. Oh, ey, kommt, da hätte ich doch eine Art Lauf hier verdient, langsam oder nicht, Mann. So, Nuke, Wingman, musst du fünf Runden holen. Zeit schon. Und eh wieder hier oben. Nice. Harrosch. Harrosch, harrosch. Ho, ho, ho. Harrosch, harrosch. Scheiße. Als ob! Wie will der mich da gesehen haben? Okay, jetzt bin ich tilt. Jetzt pushe ich rein. Fuck. Nein. Ach man, ich war nicht ready. Scheiße, fünf Runden T-Seite. Schlecht, ey. Dann muss ich mit der AK gleich sitzen. Ich kriege wieder, ich kriege einfach wieder durch Smoke. Ich kriege wieder durch Smoke. 10 HP. Der kriegt auch fast wieder durch Smoke. Oh, rede mit mir. Hallo, bitte. Oh Gott. For, 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 for. For, I don't know. It's only shit, it's only shit. Oh. Der spielt in seinem ganzen Leben kein Counter-Strike mehr. Sein ganzes Leben habe ich genommen. Andere, 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 andere. Let's go, let's go. Sinnlos, sinnlos pöbeln im Chat muss manchmal auch sein. Wenn mein Mate jetzt auch mal ein bisschen Impact hat, dann können wir das noch holen. Nein, nein. Dark, Dark. Komm, bitte. Jetzt mach du auch mal was. Bitte. Ich flehe dich an. Ich werde das mal kurz baden. Der muss jetzt auch mal was machen für mich. Schön. Ja. Let's fucking go. Ja, let's fucking go. Alter, der hat einen Dosen-Themen vor dem Head-Zap. I'm fucking ready, bro. Don't win a fucking bastard, bro. Let's go, let's go. Joder, jetzt fühlt der's doch. Hat mal ein 2K gemacht, jetzt fühlt er das richtig, der Junge. Oh. Komm, wenigstens draw, wenigstens draw. Hier? Door? Yeah, next door. Boom, boom. Alright. Let's go, you fool. Mann! Nur alle drei Insel vom Server. Der dachte, der wird angeschrien. Mann, Alter. Und deswegen... Wollt ihr mich ficken? Wie? Wie ist das ein D-Rank? Ich hab vier Winsel voll gehabt. Ich ficke die hier vom Server. Ich bin Top-Frager. Ich hab ein D-Rank auf MGE. Wie geht das? Was soll ich denn noch machen? 13.09, mein Meta, vier Fraks. Eine Depression später. Hello, let's go. Mein Mate ist AFK. Mein Mate ist AFK. Mein Mate ist AFK. Anime-Bild, der holt sich grad einen runter. Gold Nova Crosshair, let's go. Er hat drei FPS. Man sieht's im Spec. Ach du Scheiße, er spielt auf dem Toaster. Nice computer, my friend. Mann. Und deswegen werden unsere Leute fragen, warum ich DMG bin. Wie soll das denn gehen in der Solo-Q? Vitali. Wieder AFK. Wieder AFK. Ah, der wird mich jetzt hier aus dem Leben nehmen, der Mate. Ohm, zack. So, was macht Vitali? Er flasht. Er geht mit Default Crosshair in dieses Game rein. Ich war beim Red Bull Flick, hab da auf einem neuen Rechner gespielt. Und das war original das Crosshair, was du bekommen hast, wenn du das allererste Mal CS startest. Und das spielt er seriös rein. Let's go, my friend. Er hat auch zusätzlich noch Hyping. Hallo, can you hear me? Meine Sprache spricht er auch nicht. Es ist so weg. Es ist so weg. Er bleibt stehen. Ich kann nicht loslaufen. Ich kann mein Spawn nicht ausspielen. Kleiner Wechsel. Oh Gott. Komm, geh da hoch. Junge, ich vergesse mich hier gleich, Vitali. Ich vergesse mich hier gleich, Vitali. Behind? Vitali behind? Behind? Ha! Vitali, hallo? Mann, Leute, Spie. Vitali, know you, Vitali. Er kommt nicht aus dem Spawn raus. Er kommt nicht aus dem Spawn raus. Er hat 500-Happing. Man kann dein Mama nicht später teleshoppen, Vitali. No. We can under terrorists win. Negev! Oh, scheiß auf Vitali. Wir machen es alleine. Wir brauchen Vitali nicht. Wir brauchen keinen Vitali. Fall doch um, Alter. Tricks-Game. Scheiß Vitali auch noch mal. So, komm. Einmal nur keinen Schwachkopf im Team. Einmal normalen Mate. Oh, ich hab Witze-Tricks. Das ist ein Deutscher, oder? Wir haben doch einen Witze-Tricks im Chat. Es ist ein Deutscher. Michael, Michi, komm jetzt, Junge. Hast du mir einen Arsch retten? Ja, ich trag dich. Ich trag dich. Die 70% sind safe. Michi! Los. Los, Game ist weg. Außen scoutet. Genommen. Ja, ja, Mann. Läuft. Du hältst nix. Wo kommen wir her? Durch den Smog? Durch die Smog, ja. Ja, Mann. Hinterm Truck. Ich hab ihn nicht gesehen. Schade. Ganz low außen. Minus 60. Linke Seite. Komm, Michael, du bist es doch. Wer steht da safe noch im Buletten-Eck? Fuck, auf hier. Wär ich, oder was? Nein. Okay. Scheiße, Michi. Ein Frack, Michi. Michi hat gesagt, der trägt mich. Wo denn, Michi? Ich muss mir noch meinen kleinen Zeh angehoben, hast du. Scheiße, Alter. Muss man hier boosten? Michi hat die Smog. Warum die Smog, Michi? Kurzer Gang. Ja, links von mir. Und ist 30. Aber komm, komm jetzt. Ein Frack, ein Frack. Da kriegst du mal einen Deutschen aus dem Chat und die machen ein Frack und grad, weil jemand im Chat der gefragt hat, warum hole ich denn nicht VW in die Lobby? Michi! Ich war hier plant hinein. Michi, ich brauch dich. Ihr bringt ein Höllenfeuer. Was? Michi, ich kann das nicht mehr. Bist du Sub? Ja. Geil. Komm, geil. Weiter so, komm. Also Michi ist ein geiler Gamer. Der supportet mich, wo er nur kann. In-Game? Nichts gesehen. Ich auch nicht. Das hat er doch. Das hat er doch, der Michi. Ja, schade. Die waren stark, die Jungs. Aber GG. So, wir spielen gegen Dylan Ziller. Geil. Gegen Aros. Und ich hab Barra, 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 Barra. Mit Anime-Avatar. Der hält einen Doppelfinger rein. Der wird wieder krass sein. Der wird mich ficken. Der hat ein Bild von sich mit dem Auto von seinem Onkel. Nice car, Dylan. Er hat einen GTA. Wer hat den wohl bezahlt? Er hat einen GTA. Er ist 20 Jahre alt. Er kriegt von Daddy einen GTA geschenkt. Wenn du doch reich bist, gib deinen Kindern doch nicht einfach alles, ohne dass sie irgendwas dafür gemacht haben. Ich werde meine Kinder so knechten. Ich werde die so knechten, dass sie irgendwas bekommen. Ihr wollt Frühstück, geht arbeiten, macht den Garten fertig, Rasen mähen. Du hast Hunger, dann mähe den scheiß Rasen, Kevin. Mein Name ist Afka. Mos'n Pottis? Englisch auch nie, mein Freund, Englisch. Das ist Portugals. Er ist doch ein Girl, nee, oder? What's your name? Joana. Oh, Joelle. No, no. Joana. Joana. Joana, ah, okay, okay. Mein Name ist Dieter. Do you know it? Dieter? Dieter? Ja, I type it. Dieter. Dieter, yes. Dieter, okay. Nice. Like my name? Yes. Nice. Sag mal, irgendwas, was kann ich auf Portugiesisch sagen? Scheiße, man, ich war mal auf Madeira, ich hab alles vergessen. Ich wusste mal, was Danke heißt. Do you know Madeira? Yes. I've been there. And I ate some... Did you like it? Did you like it? That was nice. But I ate some paella there. And I had pretty bad diarrhea for three days. It's straight. Okay, I can't explain that, but you should go to Algarz. It's very good to buy and that kind of things. Oh, nice. Ich verschicke ein Wort. Das ist so trash, fuck. I want to ask you something, though. Do you happen to know how heavy an ice bear is? Like the animal, an ice bear? Uh, no. Heavy enough to break the ice. Okay. Okay. Achim, scheiße. Polarbear, ne? Polarbear, scheiße. Thank you, Joe. Thank you, thank you. Dylan drives a Ferrari. I drive a Skoda. Do you like Skoda also? Or do you prefer guys with Ferrari? BMW, you know? Oh, fuck. I'm German, but BMW is trash. Which one? What? Don't say that. It's so trash. No, it's not. I overtake them on the autobahn every day, you know? Hier ist ein Flieger in meinem Mund, Mann. Oh, I'm so shit. Dylan! I think you only like Dylan because he drives a nice car. I don't know. I don't like him, actually. You don't like him? No, he seems like a person like you has. You know, that's it. I don't know what to say in English. I'm sorry. It looks like he doesn't have to work for what he has. Right? No, I was thinking, I was talking about the personality, you know? Oh, he's arrogant, you mean? Yes, yes, yes. Ah, okay, okay. Tja, dicken Ferrari fahren reicht manchmal nicht, Jungs. Oh, shit. Small dog. Below you. Oh, I was low. Ah, nucky. And how old are you? What's your guess? Ah, 25. Ah, 24. And you? 19. Scheiße. Especially you. Yeah. That was nice meeting you, though. Yeah, me too. I don't want to lose this game. Was? I don't. Was hat... Man, scheiße, das Headset ist so trash. Was, ich will nicht verlieren. That's a nice play. Look at this. We will be in front. 3, 2, 1. Shit. Let's go. No, no, it's good job, good job. But Joanna, even though you drive ABNW, why is your microphone that bad? It's just in this game. It's just the CSO. Maybe we should switch over. Is that really bad? Yeah, it sounds very echo. Maybe we should switch over to Teams, we go Discord then. Okay, let's try and push this round. Okay, I was off tape. Did you say something? Okay, ich verstehe die Hilfe. Leider nicht, ne? Oh no. One HP. Window. I just said, because I cannot really hear you in game that well, we should switch over to Teamspeak or Discord, you know, so I can hear you better. Ganz unangenehm, jetzt. Backside. Oh my God, what the fuck is that? Let's go. Oh, what the fuck? No, it's good job. Thank you, thank you. Bye. Okay, bye. Nicht mal tschüss. Junge, ich hole den Windshow an, da nicht mal. Nicht mal ein Danke, Alter, nix. Einfach vom Server. Schaut ja was aufs Profil, Alter. Guck mal, gegen Doppelglobal Dylan. Papi hatte nicht nur den Nissan GTA bezahlt, auch den Global hat er bezahlt bekommen. Schweine AIM Failing there and there they've got no shame They're so bad but somehow win the game They are Team Schweine AIM Schweine AIM Guck mal, gegen SPD-DOMigon sect. I say it in the mountains. They're terrible. Vielen Dank.